Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Scanner Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Canon P208EI. Der Canon Highspeed USB 2.0 Datei-Scanner ist ein hervorragendes Tool für Firmen, die viel reisen, aber der mobile Scanner schneidet im privaten Gebrauch zusätzlich eine feine Nummer ab, er ist klein und anspruchsvoll. Ein weiterer Vorteil ist seine Effizienz. Das Gerät verwendet einen automatischen Papiereinzug, bis zu 10 Blatt, sowie schnelles doppelseitiges Scannen. Dieses Design von Canon überprüft bis zu 16 Bilder pro Minute auf beiden Seiten. Dank des automatischen Papiereinzugs können in einem Prüfzyklus Haufen von bis zu 10 Seiten verfeinert werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie Fotos, Verträge und die verknüpften Papiere scannen möchten. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Epson Perfection V39. Dieses Epson-Design ist speziell benutzerfreundlich und auch platzsparend, mit eingebautem Ständer kann es flach oder seitlich verwendet werden. Dank einer Auflösung von 4800 dpi sowie schnellen Scangeschwindigkeiten erhalten Sie erstklassigen Vorsprung zu keiner Zeit mehr. Sie können die gescannten Bilder einfach konservieren und auch online aufbewahren sowie mit anderen Teilen. Sie können Ihre Papiere und auch Bilder direkt in die Cloud oder auf Facebook und auch Picasa überprüfen. Das Paket enthält die Epson Easy Picture Repair-Software-Anwendung, die ihren geprüften Dateien oder Bildern mehr Top-Qualität bietet. Die verblassten Schattierungen werden wiederhergestellt, die Textintensität erhöht und die Farben werden im Allgemeinen verbessert. Auf Platz 3, haben wir die Fujitsu PANEL 3656B301. Der ScanSnap EX500 für Windows und Mac von Fujitsu ist ein effektiver Scanner, der bis zu 25 Seiten pro Minute oder 50 Bilder pro Minute drucken kann, um Schatten, Graustufen oder SW mit einer hervorragenden Auflösung von 300 dpi einzuchecken. Sie können ca. 50 Blätter in einem Durchgang überprüfen, legen Sie die Blätter einfach in den automatischen Dokumenteneinzug, ADF, und drücken Sie den Schalterscan, um beide Seiten jedes Platz gleichzeitig zu scannen. Das Gadget von Fujitsu identifiziert und scannt auch in Schwarz-Weiß oder Schatten, passt die Größe der privaten Dateien an, korrigiert Kurven und präsentiert die Bilder in der richtigen Ausrichtung. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Canon KanoScan 9000F. Der KanoScan 9000F Mark II ist ein leistungsstarker 9600 dpi CCD-Scanner mit Offenheitseinheit und dank des hochmodernen Softwareprogramms das Flaggschiff des KanoScan Portfolios. Das Gadget eignet sich sowohl für den Experten als auch für das schnelle Scannen von Dias, negativen, Fotos sowie Dokumenten. Die ausgeklügelte Softwareanwendung MyImageGarden ist verantwortlich für die komfortable Navigation zwischen den Scan-Funktionen und ist mit unzähligen Funktionen wie Gesichtserkennung oder dem Unternehmen sowie der Überwachung von Bildsammlungen ausgestattet. Für einfaches Scannen von Dateien verfügt diese Softwareanwendung über eine optische Zeichenerkennung summierte und eine Funktion für die PDF-Generierung mit der Alternative, persönliche Papiere während des Scan-Vorgangs zu kodieren und sie auch mit einem Passwort abzuschirmen. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Canon LIDO 220. Der Canon LIDO 220 Flachbett-Scanner ist ein starker Scanner, den Sie zu Hause oder am Arbeitsplatz nutzen können. Mit einem Gewicht von 1,6 kg ist dieses Gadget sehr einfach zu transportieren. Dank der Wandoberflächenstruktur können Sie den Scanner auch außerhalb der Schreibtischplatte und auch des Racks verwenden. Das Verfahren des Scannen-Gadgets ist sowohl einfach als auch benutzerfreundlich, sodass neue Personen in der Regel nur eine kurze Trainingszeit benötigen. Es gibt einzigartige Tasten auf der Vorderseite, die es ermöglichen, das Gadget schnell zu nutzen, ohne große Änderungen vornehmen zu müssen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.